Ich glaube so weit weg war das nicht. Okay, na bitte. Okay. Mit Feuer bin ich sparsam momentan. Fast geschafft. Okay. 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 Was ist denn der Phantom? Der Kletze, wie er gesagt hat. Ich bin schön, dass er mich schon wieder weg ist. Weil er mich auch nicht sieht. Also selbst wenn ich jetzt rauskläre, dann würde ich... Vielleicht kann ich sie nacheinander ausschalten, wenn sie mich nicht entdecken. Ich muss den Kampf gewinnen. Nicht entkommen lassen! Schmeckst du dich vor mir? Mal treffe ich sofort den Kampf und mal... So, wieder 40 Feuer auf einmal, das ist gut. Zumindest für den Moment. Den Mann, Günther nennt, keine Ahnung. Ich pass auf die Wand, ich mach noch was für. Also nicht irgendwo. Ich hab noch ein Wächter. Was ist das für ein Gebäude gewesen? Ein großes Büro würde ich annehmen. Ja mal rein. Soll passieren. Ich lass es, wenn ich sowas sage. Hier ist irgendeine... Kultistengräber. Muss ich wahrscheinlich auch noch ausschalten, aber... Erstmal geh ich hier. Genau da, wo er gesagt hat. Keine schlechte Auswahl. Das wird zum Einsatz kommen. Warum tust du das? Seilwerfer. Weil du Erfolg haben sollst. Gute Jagd. Wir reden später. Oh, warte! Oh, verdammt! Jetzt. Erstmal geh ich hier zum Lagerfeuer. Schönes Lagerfeuer machen. Ah, ein ganzes Lagerfeuer. Und jetzt muss ich auch noch hier mitten durch. Um zu den Ruinen zu gelangen, das wird ein Spaß. Da ist hier noch was der verdorbene Zone. Der wird 27. Das mache ich dir später. Und? Das wird zu schwer. Wie viele Fässer finde ich hier eigentlich? Was? Das wollte ich gar nicht. So, das Eisding. Ich wollte... Hier, wir müssen kurz gucken. Feuer, Resistenz. Okay. Oh Gott. Oh, echt. Der steckt. Ein verdorbener Wächter. Ich sehe ihn in der verdorbene Zone. Die Eklipse und verdorbene Maschinen. Sie arbeiten zusammen. Eine glückliche Familie. Ja, ich weiß nicht, dass der Schläger eben noch ist. Ich sehe ihn also. Ach, cheekin'. fine. Untertitelung des ZDF, 2020 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 das noch eine Da ist noch einer hin. Ach, schade. Da ist nur so ein Versteckbursch. Da ist noch ein Versteckbursch. Ja, ich bin 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 noch ein Versteckbursch. Leider nicht nah genug daran, wie ich ihn will. Welchen haben will? Ich sollte das schnell zu Ende bringen. Das ist das schnell. Also, jetzt kommt, wenn du zu Ende kannst, Wobei ich hier habe. Ich mache das. Das ist nicht gut. Ich mache das. Ich mache das. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Achtung! Da kommen sie. Achtung! 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 Bäh Schreckt das jetzt nur noch das Feuerdinger aus. Wir sind auch da. Oh! Oh! Stein fliegt! Bin ich auch noch nicht! Bin ich auch noch nicht! Gerätisch können wir damit halt haben, aber... Gerätisch aber nur! Was hat man hier ausgegraben?